Wie heißt er? Aufspüren. Violetten Schrott, das ist doch der Quatsch. Den lassen wir schön auf 3 und den müssen uns sicher nicht so schwierig machen. Auf 4 machen. Ja, vorsichtig. Das sind die Krähen, ja. Wir holen uns aber auch gleich Verstärkung, ne? Äh, jetzt schon? Ja, ja, ja. Ja, 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 da kommen die wieder an mehr, ne? Macht doch nix. Ne, macht nix, ne? So, erstmal Drohne raus und dann... Drohne raus und fertig. So. Jetzt hat die Flanke auch zurück hier. So. 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 Ich gehe in einem der Spiegel weiter vor. System Fehlfunktion System reaktiviert System Fehlfunktion System Fehlfunktion System Fehlfunktion System Fehlfunktion System Fehlfunktion Drohne draußen, deine? Jetzt! Aua! Aaaaaaah Oh, Pw Oh Oh! Hörer! Hörer! So, jetzt ist er eingenommen. Er ist zum Riefen. Hörer! Uh, was da ein Durcheinander! Aber so ist er schön! Mhm. Und... Einmal einsammeln. So. Hier stand gerade ne Trage umher. Ne kranken Trage soll ich schon nicht bringen. Baut sie noch nicht, dann geht. So. Gegner bewacht ein Ort in der Nähe. Das wäre der erste von drei. Äh, vom vier, ne? Vier müssen wir einnehmen. Ja. Bei der Fahne. So. Platz da. Ich würde was spenden. Wir haben kaum noch Vorräte. Ja, ja. Alles leer. Ich spende mal, ne? Ja. 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 Gut. Munition auffüllen. So. Erstmal alles einsammeln, was hier rumliegt. So. Dann gehen wir mal in den Vorratsraum hier. Hm. Hm. Am Anfang. Am Anfang. Am Anfang. Bin ich immer hier oben rein in das Gebäude, aber das ist... Falsch. Das... Das ist nix. Naja. Hopp. Von Feinden bewachter Ort erkannt. So. Oh. Was ist hier los? Oh. 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 Noch was zum Einsammeln? Nö. Da drühen wir mal kurz gucken im Laden. Welche Ressourcen. Ja. Nee. Kannst nicht hier hochschleichen und von oben kämpfen. Ja. 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 Das hast du dann gemeint jetzt. Das heißt also, alles mit denen du Gaber hast was nach oben gebracht hast, sprich also LMGs und so weiter, da ist jedes LMG davon betroffen. Ja. Alles was du dann durchspielst, zumal hab ich hier das LMG. Ja. Weil du schon Experte bist und du findest die gleiche Waffe nochmal wieder oder Gegenstand, das bleibt... Das ist auch... Das ist auch Experte. Ist nicht die gleiche Waffe, sondern es ist LMG. Also nicht das LMG mit dem ich schließe, sondern... Nein, nein nein. Aber ich sag dir ja auch, die Waffe, die du schon mal irgendwie auf Experte gebracht hast, und du findest die gleichen Waffen nochmal wieder, die bleibt Experte auch beim Kaufen. Ja, ist Expertisierungsrang 4, bitte. Ja, also natürlich Experte. Ist ja. So. Bist du weit okay zum nächsten Stützpunkt? Jetzt doch nicht so. Gott. Wir sind doch.